Wahnsinn, ich bin relativ weit draußen, aber es ist immer noch ein Teil flach. Kann ich unterstehen, aber hier ist überhaupt nichts, nur Sand und Muscheln. Ah, die gelben Brunnen sind auch ganz schön weit draußen. Ob das normalerweise bis vorher kommen kann, soll. Eigentlich nur richtig, aber bis da ist quasi ein Wachterbereich. Nicht schlecht, geil. Wasser ist schon warm. Morgen geht es da wieder mal hoch, da wo den Stein ist. Das ist immer schön zu sehen. Ja, ja.